Willkommen im neuen Jahr und zu den ersten DJZ-News in 2024. Wir haben bereits Ende Dezember darüber berichtet. Jetzt liegt ein Ergebnis vor. Es geht um den vermeintlichen Wolfsangriff in Brandenburg auf einen Mann und seinen Hund. Im Elbe-Elster-Kreis wurde Mitte Dezember ein Spaziergänger von einem Tier angegriffen und schwer verletzt. Ein Wolfsangriff konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Nun steht fest, es war doch ein Hund. Das teilt zumindest das Landesamt für Umwelt kürzlich mit. Die Untersuchungsergebnisse des Zentrums für Bildgenetik im Senckenberg-Institut hätten das eindeutig gezeigt, so in einer Pressemitteilung zu lesen. Frist für Nachsuchenführer In Bayern ist zum Ende des Jahres 2023 eine neue Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes in Kraft getreten. In der wird die Anerkennung von Nachsuchen gespannen und deren Befugnisse geregelt. So ist es anerkannten Nachsuchen gespannen ab sofort möglich, auch über Reviergrenzen hinweg krankgeschossenes Wild nachzusuchen. Bayerns neuer Jagdminister Hubert Aiwanger hat die Nachsuche unverzüglich zur Chefsache gemacht und dafür gesorgt, dass Tierleid vermieden werden kann, so BJV-Präsident Ernst Weidenbusch in einer Verbandsmitteilung. Aber ganz wichtig, für die erste dreijährige Anerkennungsperiode als Nachsuchen gespannen, besteht eine Frist zum Einreichen des Antrags bis zum 19. Januar. Jäger-Protest Die Jäger in Mecklenburg-Vorpommern stehen vor einer enormen jagdpolitischen Herausforderung. Wer sich für Wild, eine tierschutzgerechte Jagd und eine Stärkung der Jäger in Mecklenburg-Vorpommern einsetzen möchte, wird vom Landesjagdverband am 10. Januar nach Schwerin zu einer Demonstrationsveranstaltung eingeladen. Ort, Alter Garten, Start 8 Uhr. Das geplante Landesjagdgesetz zielt auf eine Schwächung der Jägerschaft ab und auf eine Herabstufung bestimmter Schalenwildarten zum Schädling, heißt es in einer Verbandsmitteilung. Viele Punkte in dem Gesetzentwurf stünden im kompletten Gegensatz zu den Forderungen aus der Landesjägerschaft. Das hat mittlerweile sogar zum Rücktritt des LJV-Präsidenten Thomas Niesen geführt. Näheres hierzu in der DJZ-Februar-Ausgabe. Autobrand zu Jahresbeginn. Missratener Jahresauftakt für einen Jäger in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Weg zur Jagd fing sein Geländewagen auf der Autobahn 19 in Höhe Malchow Feuer. Schaden mindestens 20.000 Euro. Grund war ein technischer Defekt im Motorraum, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen brannte vollständig aus. Glück im Unglück, der 44-Jährige konnte sich und seine Hunde rechtzeitig in Sicherheit bringen. Und auch Jagdwaffe sowie Munition wurden noch geborgen. Wildernde Hunde. Am 30. Dezember kam es im Landkreis Eisfeld, Thüringen, zu einem Angriff von zwei Hunden auf ein Stück Rehwild. Der Vorfall ereignete sich im Waldgebiet nahe des Stausees Birkungen. Der zuständige Jagdpächter fand später ein gerissenes Kitz. Der Hundehalter konnte bislang nicht ermittelt werden. Bei den wildernden Hunden soll es sich um einen schwarzen, Labrador-ähnlichen Mischling und einen braun-weißen, ähnlich einer Mischung aus Biegel und Schäferhund handeln. Die Polizei fragt nun, wer kann Hinweise zu dem Halter der Hunde geben und wem sind diese am 30. Dezember in dem besagten Waldgebiet aufgefallen? Zeugenhinweise bitte unter Telefon 039 932 828842. Das waren die etwas verspäteten Auftakt-News im neuen Jahr. Wir wünschen Ihnen auch für 2024 beste Gesundheit, beste Laune, besten Anblick und natürlich beste Unterhaltung mit Ihrer Deutschen Jagdzeitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017